Leute, haltet euch fest, es ist soweit. Heute ist der Beginn von einer neuen Nagel-Ära. Ich werde ab sofort jedes einzelne Mal, wenn ich ins Nagelstudio gehe, Nägel inspiriert von einem neuen Disney-Film machen. Und da ich das heute zum allerersten Mal mache, dachte ich mich, darf ich den Film einfach mal selber aussuchen. Und eigentlich solltet ihr jetzt auch schon wissen, welcher das ist. Ich meine, hallo, lila, gelbe Sonne, was ist das wohl? Äh, eh nur einer der besten Disney-Filme aller Zeiten und zwar... Natürlich Rapunzel, also Tangled. Wie findet ihr die Nägel und was soll ich das nächste Mal machen?